Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Prepare & Hope. Prepare & Hope steht für Rechne mit dem Schlimmsten und hoffe auf das Beste, weil wir der Ansicht sind, dass wenn ich auf das Schlimmste vorbereitet bin, ich die meisten Handlungsoptionen habe. Und natürlich haben wir alle die Hoffnung, dass diese schlimmen Dinge nie eintreten. Aber manchmal ist die Realität halt doch schneller, aber dazu komme ich später noch im Video. Ja, heute am 31.12.23, ein letztes Mal für dieses Jahr, meine persönliche Einschätzung zum Blackout- und Brownout-Risiko. Wer die Medien ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass wir in großen Teilen Deutschlands momentan Hochwasserprobleme haben. In der Nacht vom Sonntag galt in Niedersachsen für viele Pegel die zweithöchste Meldestufe. Und Sorgen bereiten vor allen Dingen die mittlerweile sehr stark aufgeweichten Deiche. Ich meine, wir alle erinnern uns, es hat die letzten Wochen gefühlt eigentlich nur einmal geregnet. Und das war ständig. Ja, und die weiteren Wetteraussichten sind auch nicht deutlich besser. Es soll zwar heute kein Dauerregen fallen, aber immer wieder Regenschauer und dabei starke Möhen. Ja, und von der Überschwemmung besonders betroffen ist Niedersachsen, Teile von Sachsen-Anhalt, Thüringen, aber auch Gebiete in Nordrhein-Westfalen. Ich blende hier mal die Karte der Hochwasserzentralen ein. Und da sieht man deutlich, dass es im Grunde in vielen Teilen Deutschlands, aber auch bei unseren Nachbarn, zumindest mal ein mittleres Hochwasser gibt. Den Link zur Hochwasserzentrale Internetseite, den blende ich auch in der Videobeschreibung ein. Ja, als wäre das nicht schon genug, haben wir tatsächlich meine Prognose vom Januar erfüllt. Und Redispatch aktuell heute 15.190 Maßnahmen, Eingriffe der Netzbetreiber, die erforderlich waren, unser Stromnetz stabil zu halten. Das ist ein sensationell hoher Wert und ein großes Lob an die Netzbetreiber, dass sie es immer noch geschafft haben, dass es in diesem Land keine Stromabschaltungen und keinen Blackout gegeben hat. Das Problem ist nur, die Steigerungsraten sind so extrem, dass wir leider davon ausgehen müssen, dass das nicht auf Dauer gut gehen kann. Das ist einfach wie ein Bogen, wenn man ihn immer weiter spannt. Irgendwann reißt nun mal die Sehne. Der Gasspeicher-Füllstand liegt bei 90,84 Prozent. Und hier möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir momentan ja nur einen moderaten Winter hatten. Es war relativ mild und ja, wir wissen alle, dass im Ende Januar, Anfang Februar eigentlich in Deutschland die kalte Zeit kommt. Wir dürfen also gespannt sein, wie der Gasverbrauch sich weiter entwickeln wird. Ja, es ist zwar der blanke Hohn, aber die Kurzarbeit bei vielen Unternehmen und die steigend gestiegene Insolvenzrate kommt uns hier zugute, weil die Industrie einfach weniger Gas braucht. Aber wie gesagt, das ist natürlich blanker Hohn. Die Hochwassersituation führt in den betroffenen Landesteilen und natürlich nicht nur dort zu Versorgungsengpässen. Wir haben ja einfach die Situation, es sind Straßen unpassierbar, Brücken unpassierbar und teilweise werden ja auch Verkehrswege beschädigt. Und das bedeutet natürlich, dass das in der Folge zu Lieferkettenproblemen führen wird. Ja, und wer so ein bisschen die letzten Monate verfolgt hat, der hat auch mitbekommen, dass die Landwirte mittlerweile sozusagen den Kaffee aufhaben. Das letzte i-Tüpfelchen war das Streichung des Dieselprivilegs für die Landwirte. Und deshalb haben die Landwirte für den 8. Januar zu einem großen Streik respektive zu Protestmaßnahmen in ganz Deutschland aufgerufen. Ja, aber auch die Lkw-Fahrer wollen sich diesem Protest mit Aktionen in den Landeshauptstädten anschließen. Und wir wissen alle, die Lkw-Fahrer, das sind die, die für uns die Versorgung übernehmen. Das heißt die, die alle Produkte überall dorthin verteilen, wo sie benötigt werden. Also ein weiteres Problem für unsere Lieferketten. Und deswegen, liebe Zuschauer, appelliere ich an Sie, dass Sie am Dienstag sich eindecken für vier Wochen. Sollten diese Proteste länger andauern und die Versorgungsprobleme damit vergrößern. Zu erwähnen ist auch noch, dass auch die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer mit Bahnstreiks im Januar kommen wird. Ob das nun alles am 8. Januar beginnt oder ob das nacheinander erfolgt. All das trägt natürlich nicht zur Sicherheit unserer Versorgung, Lebensmittel, aber auch der Energieversorgung bei. Deshalb ist meine Warnstufe für das Blackout- und Braunout-Risiko weiterhin gelb-rot. Gut. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Ich habe ja schon in sehr vielen Videos auf das A-Hochwasser 2021 verwiesen. Und ich habe mir die letzten Tage einfach mal ein paar Gedanken gemacht, wie es eigentlich sein konnte, dass es dort 182 Tote gab. Wir wissen, das habe ich auch schon mehrfach thematisiert, oder den Herrn Hans-Peter Weinheimer zitiert, dass es hier ein Behördenversagen gab, das eben, obwohl die Informationen vorlagen, erst gar nicht und dann unzureichend gewarnt wurde. Wie gesagt, steht in dem Buch Katastrophenschutz 2030 von Hans-Peter Weinheimer. Aber es bleibt natürlich die Frage, warum hat die Bevölkerung nicht reagiert? Wenn man von Großschadenslagen spricht oder von Krisen oder von Katastrophen, dann fällt immer das Wort Lage. Aber was ist eigentlich eine Lage? Es gibt die kalte Lage. Das ist nichts anderes als die momentane Situation. Und dann gibt es die heiße Lage. Das ist die Lage dann, wenn eine Krise ausbricht. Das erste Problem ist, dass dieser Übergang meistens fließend erfolgt. Nehmen wir zum Beispiel ein Hochwasser. Es regnet stark und Pegelsteigen an. Wann wird dann aus der Lage, dass ich einen Wasserstand habe in einem Fluss, eine Krisenlage? Dafür gibt es in der Regel Pegelstände, ab denen Krisen- oder Warnstufen ausgerufen werden. Bis dahin ist das Ganze also noch relativ einfach. Jede Lage setzt sich zusammen aus der Lagefeststellung. Das ist die Erkundung und Kontrolle einer Situation. Daraus resultiert dann eine Planung. Das ist die Beurteilung der Situation und der Entschluss, daraus etwas abzuleiten. Dann gibt es die Befehlsgebung. Und das ist die Entscheidung zum Handeln und das Handeln an sich. Eine Lage ist eben nicht starr. Sie muss deshalb permanent überprüft und angepasst werden. Und durch wiederholte Lagefeststellung muss eine möglicherweise geänderte Planung und dadurch eine geänderte Befehlsgebung erfolgen. So und jetzt kommen wir konkret zum Ahrhochwasser. Warum gab es dort so viele Tote? Und wenn man das mal mit dem zuvorgesagten zum Thema einer Lage übereinander legt, wird schnell klar, wo hier die Probleme waren. Zuallererst hatten wir eine Bevölkerung, die gar nicht wusste, dass diese Gefahr existiert. Bis auf wenige alte Menschen und die, die schon in Häusern wohnten, die nicht versicherbar sind, wusste die gemeine Bevölkerung nicht, zu welchen Hochwässern es an der Ahr kommen kann. Denn, das habe ich ja auch schon in anderen Videos gesagt, dieses Hochwasser war nicht ein erstmaliges Ereignis, sondern lediglich, in Anführungsstrichen bitte zu verstehen, ein Jahrhunderthochwasser. Also alles ein Hochwasser, das etwa alle 100 Jahre kommen kann. Der zweite Punkt, die Menschen, die Bevölkerung, die dort gelebt hat, hatte kein Bewusstsein für die eigene Verantwortung, also für die eigene Lagefeststellung, für die eigene Planung und für die eigene Befehlsgebung. Die Fokussierung war gerichtet auf die Behörden, also auf die, die vor dem Hochwasser gewarnt haben, die, die die Pegelstände genannt haben, die die Warnstufen ausgerufen haben. Und ja, es sieht so aus, als hätte die Bevölkerung die ganze Zeit darauf gewartet, dass man ihr sagt, was sie zu tun hat. Und natürlich ist das nicht erfolgt. Und das hat dann dazu geführt, dass viele sich halt viel zu spät versucht haben, in Sicherheit zu bringen. Und der nächste Punkt ist daraus entstanden, nämlich, dass keine Entscheidungen getroffen wurden, also nicht die Entscheidung getroffen wurde, den gefährlichen Bereich zu verlassen. Oder dass eben falsche Entscheidungen getroffen wurden, weil die Lage falsch beurteilt wurde. Und leider auch ganz häufig, das sehen wir immer wieder, werden eben keine Entscheidungen getroffen, frei nach dem Motto, ich möchte ja keine falsche Entscheidung treffen. Und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, die falsche Entscheidung, die man treffen kann, ist keine Entscheidung zu treffen. Und es ist ein Trugschluss zu glauben, das sei nicht auch eine Entscheidung, denn jedes Tun hat Konsequenzen. Und wenn ich etwas nicht tue, dann heißt das ja nur, dass ich mich nicht für eine Veränderung entscheide, sondern beim Status Quo stehen bleibe. Und das ist häufig das größte Problem. Also wir sehen ganz klar, wenn wir die Katastrophe an der Ahr analysieren, dass hier das mangelnde Verantwortungsgefühl der Bevölkerung, gepaart mit der Unfähigkeit, eine Lage zu beurteilen, daraus eine Planung abzuleiten und Entscheidungen zu treffen, die Ursache für 182 Tote war. Ja, und damit Ihnen das nicht passiert, haben wir die Sad Europe Association gegründet. Ich bin ja schon seit mehreren Jahren als Warner unterwegs. Ich habe begonnen, auf die Gefahr des Blackouts hinzuweisen und auf die Gefahren, die durch die Energiewende mit unserer Energieversorgung passieren. Also, dass die Energieversorgung immer unzuverlässiger und immer fragiler wird. Und ich habe dann eben irgendwann, ich denke, es war im letzten Jahr erkannt, dass dieses Warnen alleine überhaupt nicht ausreicht, weil damit gebe ich Ihnen ja keine Hilfsmittel an die Hand, was Sie mit dieser Warnung machen sollen. Und das ist aus meiner Sicht auch der fatale Fehler, den viele Konsumenten von Nachrichten machen. Sie nehmen eine Information auf, speichern die möglicherweise auch noch ab, aber die weiteren Schritte, nämlich nach der Lagefeststellung, die Planung und die Befehlsgebung, die bleiben weg. Und damit ist diese Lagefeststellung, also die Erkundung dessen, was möglicherweise passieren kann, im Grunde völlig sinnlos. Und das ist den meisten Menschen halt leider gar nicht bewusst. Und deswegen haben wir ja in diesem Jahr, im August, die CERT Europe Association gegründet, weil wir als Organisation sie nicht nur in der Lage Beurteilung ausbilden möchten, sondern eben auch in der Beurteilung einer Lage und in der Entschlussfassung und in der Handlung, die daraus resultieren muss. Und das ist nicht so einfach, das ist relativ komplex, weil alleine die Informationsbeschaffung in der heutigen Zeit sehr schwierig geworden ist, weil wir wissen alle, dass Information nicht gleich Information ist und Information selbst beurteilt werden muss. Und ja, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie, liebe Zuschauer, in diesen Dingen auszubilden, wenn Sie das möchten. Und das beginnt tatsächlich mit der Lage Beurteilung, dann mit einer richtigen, auch gut funktionierenden Vorsorge, dann mit Krisenbewältigungsstrategien, also wie gehe ich dann in einer Krise mit den Situationen, die auf mich zukommen können, um, bis hin zur Flucht und zur Notfallversorgung, sowohl was Verletzungen, aber auch was mögliche Brände und andere Dinge angeht. Deshalb möchte ich Sie auch heute wieder einladen, kommen Sie zur SERT Europe Association. Werden Sie Mitglied einer leistungsstarken Gemeinschaft. Wir bilden Sie aus in Krisenbewältigung und das muss nicht nur die große Krise Blackout sein. Wir bilden Sie schon darin aus, wie Sie in einem ganz gewöhnlichen Autounfall richtig helfen können, wie Sie aber eben auch bei einem Hochwasser, wie Sie bei einem Brand oder grundsätzlich bei einem Unfall gut helfen können. Aber ich glaube, das Wichtigste, und das hat sich aus der Analyse des A-Hochwassers gezeigt, ist, dass wir Sie aus der Blase rausholen, dass die Behörden Sie rechtzeitig warnen werden und dass wir Sie wieder befähigen, selbst die unterschiedlichen Lagen beurteilen zu können. Ja, und weil wir momentan in Deutschland diese schreckliche Hochwassersituation haben, deswegen haben wir uns vom Vorstand überlegt, wir hatten ja ein Angebot gemacht, dass alle die, die noch 2023 ZERT Mitglied werden, die fünf Ausbildungskurse im Wert von 200 Euro kostenfrei dazubekommen. Und natürlich sind jetzt viele, die in Hochwassergebieten leben, mit anderen Dingen beschäftigt, als sich um eine Vereinsmitgliedschaft zu kümmern. Und deswegen werden wir unser Angebot für ganz Deutschland im Übrigen bis zum 31. Januar verlängern. Das heißt, wer bis zum 31. Januar 2024 Mitglied bei der ZERT Europe Association wird, der bekommt die fünf Ausbildungswebinare im Wert von 200 Euro gratis zu seiner Mitgliedschaft dazu. Und ich darf auch schon ankündigen, wir sind gerade dabei, neue Webinare zu erstellen. Das nächste Webinar wird sich nur mit dem Thema Lagebeurteilung befassen. Da werden wir ganz detailliert und bis ins Kleinste auf diese Problematik der Informationsbeschaffung, der Informationsauswertung, der Informationsverarbeitung und der Entscheidungsfindung beschäftigen. Sie dürfen schon sehr gespannt sein. Ich denke, das wird eines der wichtigsten Webinare für die Zukunft. Denn ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Herausforderungen, die wir in den nächsten Monaten, ich möchte nochmal an den Anfang des Videos erinnern, ab dem 8. Januar Bauernproteste, unterstützt von den LKW-Fahrern und möglicherweise von der Gewerkschaft der Lokführer. Hochwassersituation. Ich glaube, da kommt schon in ganz kurzer Zeit einiges auf uns zu. Und ja, kommen Sie zur ZERT Europe Association. Werden Sie Teil einer leistungsfähigen Gemeinschaft. Lernen Sie sich selbst und Ihre Familie bestmöglich zu schützen. Das bieten wir Ihnen an. Dazu laden wir Sie ein. Am Ende dieses Videos möchte ich noch einmal Danke sagen für den vielen positiven Zuspruch und vor allen Dingen für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben gerade in der letzten Woche schon 30 neue Anmeldungen für unseren Verein bekommen. Und ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal betonen, dieser Verein ist nicht für uns, für die Gründer von ZERT Europe interessant oder wichtig, sondern wir machen das für Sie, für Sie, liebe Zuschauer, für die Bevölkerung, weil wir einfach diese Lücke erkannt haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, egal ob Sie mit den Gummistiefeln knietief im Wasser stehen oder ob Sie im Trockenen in der Wohnung sitzen, einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Lassen Sie uns die Herausforderungen, die auf uns zukommen, gemeinsam anfassen. Darauf freue ich mich und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald, Ihr Robert Jungnischke. und bis bald, Ihr Robert Jungnischke. Vielen Dank.